Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hardcore Team Deathmatch auf der Map Ambush bei Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ambush eine Map die bei mir nicht so oft in der Playliste kommt. Irgendwie wollen da alle nur Crash und Pipeline und Webwork spielen. Sind ja auch geile Maps. Ambush kommt viel zu kurz und deswegen bin ich auf der Map auch so gut wie gar nicht geskilled bzw. trainiert. Aber wir versuchen einfach mal unser Glück als Sniper, wie ich finde oder wie ich meine Skills da selber einschätze, bin ich dann doch mehr als Sniper am Erfolg reißen. Und da ist Hardcore, da müssen wir natürlich total vorsichtig sein, weil hier die Kugel ist tödlich. So, wir knallen erstmal völlig unerwarteter Weise hier eine Claymore hin. Das heißt, wenn wir Gäste bekommen, dann ist da so ein kleines, ja, so ein kleines Willkommensgeschenk. So, da hinten in dem Spot ist keiner. Ja, bei der komischen Fass ist auch keiner. Da liegt schon einer. Tja, bisher sehe ich noch nicht so richtig viele Leute. Mich jetzt nur beim Visieren zu sehen, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd. Da ist einer. Mathe! Headshot! So. Einen haben wir schon mal. Das ist schon ein guter Start. Und da ist noch mal einer. Das war ein anderer Spieler. Hö, wie ist die Füße da draufgegangen? Ich geh doch mal hin. Bam! Okay, dreimal Headshot, das ist ja schon mal ein Triple. Sehr, sehr gut. Unsere Drohne ist einsatzbereit. Okay, finden wir da schon wieder einen. Hätte ja klappen können. So ist dann noch einer, dass, wenn du da jetzt wieder hingehst, Spieler, dann weiß ich auch nicht. Tatsächlich. Okay, einen noch für einen Airstrike. Das geht ja schon mal gut los. Vielleicht noch mal einer da hinten hinstellen. Nein. Warum auch? Jetzt haben sie es wohl geschnallt, dass da wohl ein Sniper ist. Okay. So, wir haben auf jeden Fall schon mal den Airstrike und packen hier die zweite Clay hin. Oh, die spawnen bei mir. Okay, machen wir mal da. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen Heli. Das wäre natürlich geil. Jawohl. So, den zünden wir auch mal sofort. Und auch der Heli, der kann hier endlich mal ein bisschen was reißen. Wird wahrscheinlich auch schon abgeschossen, wie es aussieht. Verdammt. Oh man. I hate that. Okay, der Heli hat zumindest zwei, drei Kills gebracht. Vielleicht waren es auch nur zwei. Okay, da ist einer. Got you. Mit der Deagle. Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt glaube ich hier. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall bin ich hier aufgeflogen. Da hinten ist doch einer, oder? Let's play this smart. Da hinten ist doch einer. Da. Rechts neben mir. Oh, goddammit. Das war natürlich jetzt ein bisschen blöd. Okay, wir haben schon mal ein Heli. Ist der Typ der immer noch irgendwo? Da ist er. So. Da ist hier keiner drin. Alles klar. So und sneaken wir uns mal an. Warte mal. Oh, ich hätte mal auf die Clay schießen sollen. Naja egal. Wie oft hast du schon mal die Situation, dass du da echt so diese Möglichkeit hast, einen Gegner zu killen. Und ich lass sie einfach mal so. Gott dammit. Komm her ran. Okay. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Greil auf jeden Fall. Okay, jetzt sieht man natürlich hier. Da nicht so viel. I don't see anything. I go and check it out. Jetzt hab ich natürlich meine ganzen Clays weggelassen. Aber egal. Das muss auch ohne gehen. Wir haben ja hier einen Kollegen drin, der hat hoffentlich eine Clay gesetzt. Hat er. Sehr gut. So, jetzt müssen wir nur sehen, dass wir uns nicht gegenseitig die Mütze wegschießen. Da ist einer. Malzeit. Der ist ein bisschen hibbelig vor mir, oder? Da muss ich aufpassen, dass ich dich nicht abschieße. Barbara Hallas. Barbara Hallas. Deiner. Komm. Okay, du hast noch eine Clay. Alles klar. So, da ist keiner. Ich sehe zumindest keinen. Oh, die Ecke. Ne. Da sieht man auch nichts. Man, wir nehmen so eine gute Serie und jetzt sieht man erstmal wieder nichts. Wir haben die Führung verloren. Ach, da ist noch jetzt aber die Führung verloren. Ah. Okay. Ja, genau. War da nicht immer einer? Ich fühle mich ja so ein bisschen unsicher, weil ich hier mich nicht selber durch eine Clay geschützt habe. Und ich weiß nicht, ob der Kollege hier so smart ist, dass er nicht gleich drauf geht. Da ist einer. Ah, das ist so. Drohne. Das ist schon mal gut. Wo treibt ihr euch denn rum? Ah, die spawnen hinter uns. Filter. Schön mit der Diegel. Und noch irgendwo irgendwelche Leute ohne Fahrausweise. Okay. Okay. Doch, keiner. Doch, da kommt doch keiner. Ich sag's euch. Drei. Zwei. Eins. 0,9. Sag ich doch. Okay. Wo hauen wir den mal hin? Okay. Versuchen wir es mal da. Leck hier nochmal ne Heli. Einen noch. Komm bitte für ne Heli. Bitte einen. Oh man. Ich will doch nochmal ein Heli. Da. Yes. Alles klar. Zweimal Heli angefordert. Das ist schon nicht schlecht. Vielleicht soll ich öfter ein bisschen spielen? Oh, da ist ne Cleo. Guck mal. Das heißt, die spawnen. Auf jeden Fall schon mal. Wo hab ich die denn hingepackt? Die Cleys. Ich weiß jetzt gar nicht. Da ist einer. Alter. Gnade los. Ah, mein Heli ist schon wieder down. Okay. So, zumindest sollten wir aber auch jetzt noch die Stats gedreht haben, oder? Dass wir hier nicht mehr auf der Verliererstraße sind. Ah, guck mal. Oh no. What are you doing? Na. Okay. Somit haben wir jetzt wieder zwei frische Claimers am Arsch kleben. Werden wir die doch auch einfach mal benutzen. So. Das wäre zumindest schon mal. What? Ach, er ist tot. Okay. Aber okay. Dann weiß ich zumindest, dass ich dann hier die Claimers packen kann. Gibt es da noch welche ohne Fahrausweise hier? Komm her. Komm her. Hä? Hä? Zeig dich. Bluh. Bluh. Oh man. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Konzentrieren. Zeig den Kopf. Nein. Jetzt habe ich wieder diesen Sepia Farbfilter drauf. Na ja gut. Auf jeden Fall das 1 zu 1. Wer werde ich mal bis zum Ende sehen. Wir haben nämlich schon gewonnen. 75 zu 66. Und ich glaube wir haben eine ganz gute Runde gemacht so was die Kills und sowas angeht. Hoffentlich war es für euch ein bisschen unterhaltsam. Ich fand es war eine coole Runde und sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau. 20. 25 war mal geil. Tschau. Euro chshell. Umm. một eyelids van. Pe gracias. Voi. Hu. Tap.